Musik Ein total verwegenes, verrücktes Album Mit einer Werkzusammenstellung, die man in dieser Form überhaupt nicht erwartet Und man fragt sich, was bitteschön hat Fresco Baldi mit Philipp Emanuel Bach Und mit Busoni und mit George Harrison und Bill Withers zu tun Und das ist letztendlich doch eine ganz persönliche Geschichte Mit jedem dieser Stücke verbindet mich ein Erlebnis, eine Lebensphase Von meiner Kindheit bis zum heutigen Tage Musik Time remembered, die erinnerte Zeit Persönliche Tagebuchaufzeichnungen gewissermaßen Darüber hinaus soll es das Publikum ansprechen, wo sich jeder wiederfindet Weil jeder Mensch lebt in der Zeit Musik hat diesen zutiefst menschlichen Aspekt Dass dort Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen kodiert wurden Und durch uns Interpreten jetzt quasi entschlüsselt werden Im frühen 21. Jahrhundert Und nichts, aber auch gar nichts an Aktualität verloren haben Das ist das Spannende Und dadurch auch die Menschen zu erreichen Musik Dieses Album geht bis in unsere Zeit Ein Werk wurde extra für Time remembered komponiert Und integriert sind einige Popsongs Ich habe zum ersten Mal mit Perkussionen gespielt Ein herrliches Vergnügen Musik Dieses Chamäleonhafte sich in jeden Komponisten In jede Stimmung, in jede noch so verzweifelte und noch so glückliche Lebenssituation hineinzufühlen Das ist unsere Aufgabe und das müssen wir irgendwie aus diesem Instrument rauskitzeln Vielleicht die drei wichtigsten Lebensphasen waren Namibia, meine Kindheit und Jugend Meine Studienzeit und Schulzeit in Detmold, in Ostwestfalen, im Lippischen Wald Von schönster Natur umgeben Und natürlich meine jetzige Lebensphase Ich lebe in Hamburg, ich unterrichte an der Hochschule in Rostock, mache ein Festival in Ostriesland Das Wasser, ich liebe das Wasser Alle drei Orte verbindet das Wasser Insofern denke ich auch einiges von Time remembered Aus diesen drei sehr wichtigen Phasen für mich integriert zu haben Und der Hörer, die Hörerin wird da bestimmt das eine oder andere wiederfinden Als ein infyligerquerer A.D. Den S sisteren vom Handel Und der Hörerin wird da unfortunateere Geburt Amen.